Schatz, wo ist mein Superanzug? Ich brauche meinen Superanzug. Wir sind so süß, es hat so viele Haare. Okay, Anja. Ich bin Bescheid, du magst hier einer mit vielen Haaren. Natürlich. Der hat übertrieben viele Haare, der sieht aus wie nicht man die kleinen Dinger hier, die so... Monchichi. Monchichi's. Ist das so krass, ein Kind zu halten oder wie? Nein. Ist das so ein krasser Experience? Man macht es in den ersten drei, vier Wochen, macht man die fremde Babys auf den Arm nehmen. Das ist das Unglück oder wie? Nein, das ist für das Baby. Das sind die Gerüche. Das Kind hat zu viele Gerüche. So wie bei den Tieren. Das war immer so richtig geil. Du riechst an Babys? Ja. Ja, was riechen Babys? Nach Windeln? Babyöl ein und dann... Inhalierst du das? Ich inhalier das Baby, das geht einmal durch die Nase rein. Aber riecht jeden Tag gleich oder anders? Nein, das riecht jeden Tag gleich nicht. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht so ganz drin. Ja, wahrscheinlich, weil du noch nie ein Baby gehalten hast. Doch, ne Babyborn zählt auf. Nein. Ne, die riecht aber nicht wie ein Baby. Die riecht sehr nach Plastik. Ich glaube, Baby riecht auch nach Plastik. Die Stadt ist in Gefahr. Unser Essen ist in Gefahr. Es geht um höhere Gewalt. Ich bin deine Frau. Ich sollte die höchste Gewalt sein.